Ja, moin moin meine Diggas und Diggurinas, willkommen zu einem neuen kleinen Video hier von mir, auf meinem schönen kleinen Kanal mit euch, mit mir. Ja, so, es geht um folgendes. Ich habe ein neues Sponsoring an Land gezogen. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar verrate ich das gleich. Nein, pass auf, ich habe mir Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, was brauche ich wirklich? Habe ich überlegt, Hardware. Habe ich gedacht, so ja, eine Maus habe ich, ich habe eine Tastatur und die Hersteller, die dafür in Frage kommen würden, sind zu groß. Also denke ich mir zumindest, denn Razer und Madcat sind das jeweils. Und das ist vielleicht in Zukunft nochmal attraktiv, auch für die anderen dann, für die Hersteller. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, was brauchst du noch? Du hast ein Aufnahmesoftware, du hast eigentlich im Prinzip so ziemlich fast, also fast alles. Habe ich erst überlegt, so ja, vielleicht ein neues Mikrofon. Habe ich überlegt, nö, mein Mikrofon ist eigentlich okay, es funktioniert, es ist nicht fehlerhaft und ich sage mal so, bis das kaputt ist, wird das benutzt. Und danach kommt irgendwann mal vielleicht ein anderes oder ich hole mir das gleich nochmal. Auf jeden Fall habe ich Magix angeschrieben. Magix ist für euch bestimmt ein Begriff, das ist, die bauen, die bauen vor allem, also die stellen Software her im Bereich für Audio- und Video-Editierung. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, weißt du was, du hast eh nichts zu verlieren, schreib sie dir einfach mal an und guckst, was passiert. Ja, und dann ein paar Tage später hat sich jemand gemeldet, ein wirklich netter Mitarbeiter von denen, muss ich an der Stelle sagen. Also ich hatte jetzt auch nicht wirklich oft Kontakt mit Mitarbeitern slash Support, denn den Support habe ich, glaube ich, einmal von einem halben Jahr benötigt. Und das war es dann auch wieder. Und ja, und dann hat er gesagt, okay, pass auf, zeig uns doch mal deinen Kanal. Kanal gezeigt. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist ziemlich cool. Da haben wir Bock drauf, wir sponsern dich. Und dann habe ich auch direkt gesagt, also ich habe ja im Anschreiben schon direkt gesagt, woran ich interessiert bin. Und das Produkt, um das es geht, ist Video Pro X. Ja, und das haben sie mir tatsächlich gesponsert. Also riesen vielen Dank an der Stelle. Ich freue mich auch total. Das ist richtig geil, dass das geklappt hat. Denn Magix ist jetzt auch eine ziemlich große Firma. Die haben Ableger in den USA, in Frankreich und natürlich in Hauptsitz in Deutschland, in Berlin. Und da haben sie gesagt, ey, weißt du was, hast du noch Interesse an dem und dem Produkt? Da habe ich gesagt, ey, ja, natürlich, klar. Und dann haben der Mitarbeiter und ich uns ein bisschen Gedanken gemacht. Er hat gesagt, ey, pass auf, hast du nicht noch Bock und Interesse an einem anderen Programm? So, und das Programm, das werde ich noch ein bisschen geheim halten bis zum nächsten Video. Denn da kommt auch ihr ein Spiel, denn ich habe zwei Codes bekommen. Einmal für mich und einmal noch für eine Verlosung. Und das ist unter anderem für andere Let's Player oder Leute, die gerne mal irgendwie was mit anderen machen möchten und das publizieren wollen, ist das recht attraktiv. Und darum geht es dann in einem anderen Video. Das wird ein paar Tage später kommen. Ich habe jetzt auch ein bisschen viel zu tun, denn ich habe im Prinzip mehrere gute Nachrichten. Denn die andere gute Nachricht ist, ich habe, deswegen habe ich auch so wenig Zeit gehabt für YouTube, ich habe ein Praktikum gemacht. Und ich habe eine Ausbildungsstelle bekommen, Freunde. Ja, habt ihr richtig gehört? Das ist richtig geil. Ich freue mich auch mega übelst, Alter. Endlich eine Ausbildung. Und ich werde Fahrzeuglackierer, wenn das alles klappt. Und ich dir drei Jahre überstehe. Das sollte aber alles kein Problem sein, meine Freunde. So, das waren die zwei guten Nachrichten im Prinzip. Und wenn ihr mein Intro noch nicht gesehen habt, dann guckt auf jeden Fall mal auf den Kanal. Schaut euch mein Intro an, denn das feiere ich übertrieben. So, auf jeden Fall an der Stelle nochmal Danke an den Mitarbeitern von Magix. Also Grüße an dich, falls du das guckst. Und auf eine gute Zusammenarbeit. Ich freue mich, das ist auch gut für mich, gut für euch vor allen Dingen. Denn dieser Kanal wird jetzt von Magix offiziell unterstützt. Also, wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Und dann werden auch ein paar, ich denke mal, Tutorials kommen. Und ich werde euch das Programm, mit dem ich dann arbeite, also Magix Video Pro X, werde ich euch ein bisschen erklären. Da ich noch nichts mit Facecam mache, wird das erstmal wegfallen. Aber in Zukunft wird das bestimmt nochmal kommen, dass ich mit Facecam arbeite. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Also bis dahin, wir sehen uns auf meinem Kanal. Habt noch einen schönen Tag und bis bald.